Opsa! Da oben... Okay, hier fühlt's nirgendwo hin. Nee, komm. Das sieht da interessant aus. Tut mir leid, ich muss aber hier mal längs. Ich sehe jetzt schon, dass ich nicht wieder verlaufen werde. Wir brauchen eigentlich so ein bisschen Holz. What? Wo kommt? Ich höre doch was. Aber das scheint da oben her zu kommen. Huch. Sind seltsam jetzt hier. Lol. Hey, krieg ich, krieg ich euch alle? Ja, lecker, lecker. Okay. Ihr weckt da hier. Höhlenspinne. Scheiß auf die Höhlenspinne. Hallöle. Ich bin's. Guter Freund und Nachbar. Ja, super lecker. Mh, super geil. So. Hier können noch mehr Spinnen. Aber das sind normale Spinnen. Kann sein, dass hier irgendwo noch ein Dungeon ist. Huch. Alter. Äh, hallo. Da habe ich fast einen Fall ins Gesicht bekommen. Ja, schönen Tag. Alter. Was ist denn hier los? Ich habe gleich ein kleines Problem. Alter. Nein. Gott. Nicht sterben. Nicht sterben. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Haut ab. Nein. Haut ab. Haut ab. Schack. Fuck. Ich meine, fuck. Zombie. Gott, ey. Findet mich keiner. Erst mal Leben auftanken. Ohne Risi ist das hier echt nichts. Aber wir schaffen das. Wir schaffen das hier. Wir haben ja hier Essen. Verrottetes Fleisch, aber trotzdem Essen. Und hier Eisen können wir auch nochmal abbauen. Ist hier jemand? Der hinten ist Gold. Wenn wir nicht weiter wissen, müssen wir uns einfach nach oben graben. Nur das kann problematisch werden, wenn wir jetzt kein Holz hier haben. Wir haben ja hier Holz, also können wir uns dann Werkbeamern, Stickies machen. Und dann können wir uns sentimental, oder sentimental, senkrecht nach oben buddeln. Ah, du hast eine schöne Schwerte. Kriege ich auch so eine Schwerte? Hallo, du da drüben. Ja, dich habe ich natürlich auch vermisst. Tante Trude hat dich auch vermisst. So. Die kriegen hier kaum noch. Ach du Scheiße. Geht's da hinten auch weiter? Äh, da war der Spawner und da geht's auch immer noch hin. Ich bin aber relativ egal, wohin. Weil tatsächlich haben wir wieder viel gelootet hier. Und, oh Gott. Das schließe ich hier natürlich nicht aus. Diese schöne Ebene hier. Und Wasser! Wir haben Wassereinbruch. Oh, auf der oberen Etage. Äh. Bisschen instabil, ne? Was hat sich der Architekt dabei bitteschön gedacht? Kann man da rüber laufen? Ne, ich probiere es gar nicht erst. Die Schiene zählt zwar als halber Block. Oder als dreiviertel Block. Aber so nicht. Bäh. Was haben die hier denn gemacht? Was ist denn das hier alles so teilweise in der Luft? Wir haben 27 Eisen. Wir holen wieder richtig viel hoch. Wenn wir hier lebend rauskommen. Und wir sind jetzt schon wieder an dieser Einstelle. Weißt du was? Wir gehen jetzt wieder zurück. Und dort, wovon wir hergekommen sind, meine ich. Alter. Hier raus. Oh. Ich hab mich doch hier gewundert wegen dem Holz. Geht das dann hier lang? Aber hier hätte ich dann fackern gesetzt. Geht's nicht lang. Hier geht's nicht lang. Hey. Kumpel. Und alter Freund. So. Schon sind wir wieder fast oben. Wir können, wenn wir, weil wir jetzt wissen, wo es wieder hoch geht. Kann ich jetzt das hier essen. Äh, kann jetzt von mir aus nochmal hier gucken. Wegen Eisen. Weisen wir jetzt doch nicht so schlecht, wenn wir hier gleich unten sind. Müssen wir hier aufpassen wegen der Lava. Wegen Tante Lava. So. So. Da muss ich jetzt den nochmal runter hier. Mache ich mir so einen kleinen Gang. Habe ich Wasser? Nee. Huch. Da habe ich irgendwas in die Lava gesetzt. Hallo. Den Enderman haben wir auch schon mal zu Besuch. Fällt sich ja fantastisch an. Fantastisch. 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 Hallo. So. Enderman immer in die Augen gucken. Das ist das A und O. Hier haben wir nochmal ein bisschen Erz raus. Was war das denn? Ah, was haben wir denn hier? Eine Gold. Mehr Gold. Alter, unsere Ofen müssen jetzt nachher Überstunden machen, langsam, ne? So für Eisen, wie wir hier raus holen, das haben wir noch nie im LP rausgeholt. So viel. Das kommt nur, weil wir so einen schönen Minenschacht gefunden haben. Wo geht's hier längst? Das nehme ich mit. Gibt hier so viel, ne? Und fast keine Spitzhacke mehr. Okay. Geht's hier nach oben? Ah. Ah. Hier geht's runter. Hey, hey, alter Freund. Äh, was? Ja, gut. Gleich beide. So, da geht's erstmal hoch und dann werden wir uns gleich erstmal nach draußen verschanzen. Und erstmal die Sachen einloten. Alter. Erstmal einen Lagern. Ey, das... Wie viel wir hier wieder rausbekommen haben. Das ist krank. So bringt das richtige Minecraft-Spiel Spaß. Oder? Und ich glaube, in dieser kleinen Höhle hier ist noch viel mehr. Noch viel mehr. Ich könnte wetten, dass hier noch über 100 Diamanten drin sind. Fürs Erste aber möchte ich nicht zu viel machen hier. Und sagen einfach mal, hier komm. Wie geht's denn da oben lang? Tut mir leid, wenn ich das jetzt wissen will, aber... Da oben muss ich doch auch noch lang gehen. Sackgasse. Nein, doch nicht. Ein richtiger Tunnel nach oben. So. Damit hätten wir das. Wir hätten schon wieder erfolgreich was rausgeholt aus der Höhle. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Mal runtergehen müssen. Und, äh... Draußen wird's auch gerade wieder nachts, sehe ich. Und, äh... Puh. Alter, Finne. Also, so einen Start in einer neuen Map hatte ich noch nie in meinem Leben. Noch nie. Wes? Wir waren ein Tag und eine Nacht drin in der Höhle. Die Sonne geht jetzt gerade wieder auf. Ist ja schön. So, wir haben Kohle für den Ofen. Wir haben Gold. Wir haben... Oh Gott. 63 Erz. Wir haben zwei Diamanten wieder nach Hause gebracht. Diamantentechnisch kann's natürlich noch mehr werden. Äh... Das glaube ich auch, dass es mehr wird. Ähm... Haben wir sonst noch Kohle irgendwo? Ne, gut. Dann teile ich die mal hier gerecht. Was haben wir jetzt wo? So. Du kriegst zwölf. Und du kriegst das hier. Ich geb dir mal einen halben Stack. Und dir geb ich auch einen halben Stack. Und das hier muss dann... Entweder in einen dritten Ofen. Äh... Industrieofen. Äh... Ja, ich... Weißt du was? Weißt du was? Können wir mal einen Wohnzimmerofen oder so? So einen Scheiß machen hier. Können wir von mir aus auch Holz braten? Ja, so so einen Wohnzimmerofen meine ich. Also... Ah... Wo wollen wir den denn hinstellen? Hier. So. Wohnzimmerofen. Ähm... Das kommt hier rein. Und... Ähm... 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 Braten. Ja, machen wir auch natürlich noch was. So, Kohle haben wir jetzt nicht, ne? Hehe. Ne. Hat er nicht. Viele interessante neue Sachen hier. Die beiden, die mag ich am meisten. Melonen und Kürbiskerne. Damit können wir uns richtig fortpflanzen. Ähm... Und Weizen, ja. Ich würde sagen, es ist gleich mal an der Zeit, ne Rüssi zu machen. Aber erstmal gebe ich... Hier, komm. Die machen wir es immer noch mit Standardholz. Und dann können wir uns mal eine Rüssi craften. So. Ah... Schön gemütlich, oder? In einer kalten, eisernen Rüstung. So, wir können natürlich noch eine nächste Truhe hier aufstellen, ne? Weil es hier zwei natürlich nicht reichen. So. Hoch. Hallo. So. Ähm... Drei Stück. Ja, das geht. Ich bin gespannt, wenn das hier fertig ist. Wir können uns dann... Ähm... Haben wir noch... Haben wir noch Kabel? Ja, müssen wir eigentlich, oder? Nein. Na super. Doch. Ich hab jetzt hier mit der Truhe... Hab ich eigentlich überhaupt nicht gerechnet, dass hier Kabel drin wär. Na gut. Dann können wir mal hier fortsetzen. Unseren... Kleineren Platz hier. So. Das ist hier unser Platz hier. Unser Vorhof hier. Und da hinten ist dann das... Ja, keine Ahnung, was das für ein Haus sein soll. Ja. Wir haben ein Lagerhaus. Wir haben ein zweites Haus. Das Lagerhaus könnten wir eigentlich auch schon mal einrichten. Können wir machen, joa. Können wir von mir aus machen. Wobei, ich möchte erstmal noch dieses Zeug hier behalten. Ähm, ähm, ähm... Ja. Wir haben zwölf Rails. Das ist gut. Schön. Sattel haben wir. Wir haben... Wir haben... Wir haben schon ordentlich was. Darum können wir uns nicht beschweren, was wir jetzt hier nicht haben. Nicht hätten. Tatsächlich möchte ich aber nochmal Diamanten finden. Das auf jeden Fall. Diamanten ist das A und O. Bis jetzt haben wir ja... Oh, 14 Stück, ja. Äh, tja. Zwei Zäune haben wir. Brauche ich ein Bauernhofshaus? Ein schönes Haus vom Bauernhof. Das sollten wir auf einer geraden Ebene bauen. Ich guck mal, was für eine Ebene hier vielleicht, äh, in Frage käme. Das ist eine große, gerade Ebene, die ich Getreide anbauen kann oder sowas, weil das sieht hier echt schlimm aus. Ich guck hier auch mal. Was haben wir denn hier? Okay, versperrt. Naja, wäre wenigstens, äh, interessant zu erkunden. Ja. So. Hütchen, 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 Hütchen. Hast du eingelegt? Super, brav, brav, brav. Brav, brav, brav. Nein, nein, shit. Bleib stehen. Bleib stehen. Danke. Skelette. Ein Skelett.